Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet kandidiert als Nachfolger der deutschen CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Gesundheitsminister Jens Spahn kandidiert nicht für den CDU-Vorsitz, Laschet will ihn im Falle seiner Wahl als Parteichef als Stellvertreter vorschlagen. Zuvor hatte bereits vergangene Woche CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen seine Kandidatur erklärt. Auch der frühere CDU-CSU-Fraktionschef Friedrich Merz gab heute seine Kandidatur bekannt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017